Guten Morgen, sind Sie wieder gerappt, weil wir werden uns playen. Ich laber! Team Fortis 2, hier haben wir gespülen. Den Modus 6, denn Dale und ich bin krank. Abschau, krank, 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 krank. Schon wieder? Irgendwann, ich bin hier irgendwo so gut. Äh, in so einem grünen Scheiß. Ja, da musst du raus, sonst verreckst du. Soja, also ich hab's überhaupt nicht drauf. Ja, so. Aber ich... Uah, Scheiße, ich hasse nichts. Wenn du dich irgendwo festcampen willst, dann versuch's mal. Ne, das ist scheiße, scheißschwierig. Egal. Ich schau hier mal ein bisschen Damage raus. Ey, Alter, kann es sein, dass der irgendwie auf Kahn ist? Oh, shit, shitty, shitty, shit. Oh, hab ich ihn gleich abgeballt. Such mich mal und dann zeigen wir. Der Hail, kannst du Y, Ausrufezeichen, Hail-HP, also Chat öffnen und dein Hail-HP eingeben. So. Mit Ausrufezeichen vorne weg, natürlich. Ja. Der Gute hat noch... 23.349. Chili! Och, Schlamm. Wir kamen mit 1.167 Schaden. Denk ich hab ich... Warte, 29.000. Damit können wir das auch schon beenden. War relativ gefällt, wir werden es uns im Hochladen. Danke fürs Zuschauen, bis dem Nächsten. Tschüssi. Ja. Ja. So, jetzt sind wir bis zu spät reingekommen. Diesmal ist der Luke-Saxen, Hail. Mein Seins! Also nicht schlecht, denn der andere Kackler. Wenigstens bin ich grad der auf dich hier holst. Also der mit dem... Soll ich mich irgendwo vercampen, dass wir uns dann später im Battle liefern, oder wollen wir einfach so wie immer? Endlich zählen, denn Dresdl! So muss es sein. Weißt du, von wem du grad in die Luft gesteuert wurdest? Ja, ich hab noch 900 HP schon durchtut. 900? Ja. Als ob. Doch! Das ist der größte Luke-Saxen. So. Achso, ne. Ich hab jetzt noch 8000 wieder. Ach, du bekommst immer wieder welche. Nein, du hast allgemein immer viele. Wo bist denn du? Ach, da bist du. Du siehst ja den E-Demo hier, oder? Den einzigen. Den Demoman. Boah. Kannst auch Ragen, falls du dir danach geliebt. Aber lass die Demo mal bitte kurz am Leben hier. Nur Röntchen. Oh, da bubble schon wieder so einen Scheiß. Schlappen. Oh, die Fresse Schlampe. Komm, Stipp, der ist so. Ja. Boah. Ging die auch. Boom. Okay, ich geh nicht dann in meinen Channel hoch. Oh, dein Channel geht mir auf die Eier, du Schlampe. You can see the Demoman. Da da da. Da da da. Siehst du mich in dem Moment? Wo bist du, Leute? Ja, da bist du ja. Du Schlampe. Kacklappen. So, da bist du da, Mann. Ja, ich lebe noch. Ich hatte ein Schild, du Kind. Ja, Mann. Ja, Mann. Neunapel, du Schlampe. Du kleiner Sack. Ja, Mann. Bist auch so blöd. Shit. Mal. 1.826 Schaden gemacht. Okay. Oh, nice. So, jetzt geh ich mal auf deine Sicht. Okay. So. So. Sind nur noch 6 Leute am Leben. Das packst du. Ich hab gesehen. Ja, hol ihn weg. Nein. Ich bin so ein Neue. Einmal schön ragen. Rage. Los. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Geh. Hm. Geh. Mal geh kicken. Und jetzt auf den Engine. Nicht auf den Pyro. So. Du Kacklappen. Egal. Ich hab keine Ahnung. Ja, das ist mein Bus. Ja, hoch. So. Oh Gott. Ach, dein Hoch. Na, mach dein, ähm, Mega-Jump. Wie geht es? Nach oben gucken, Steuerung halten und dann springt hoch. Dann los. Und dann den Indianern am nächsten Mal weglatzen. Wie geht es? Wir hoch springen und dann schlagen einfach. Ich muss ja erstmal hochkommen. Dann kannst du auch wieder deinen Mega-Jump machen. Geht auch nicht immer, oder? Geht auch eigentlich schon. Hoch. Geh hoch. Oh, ja. Ja, okay. Oh, Mann. Ich kann... Komm, geh. Das Portal ist scheißegal. Dann lass den halt leben, den Lappen. Lass den erstmal leben. Ich schau mir grad mal an, wie viel... Sag du einfach, wie viel Leben du hast, dann muss ich nicht schauen. Damit es nicht jeder sieht. 14.000. Das reicht. Geh. Ich kann das einfach nicht... Ja, komm. Das Portal hier rein. Ah, jetzt geht er. Ja. Oh, komm, wo ist denn die andere Mal? Hm, hm. Will ich nicht runterspringen. Ist der tot. Da. Kann springen. Hm. Hm, hm, hm. Ja. Spring hoch. Kann. Da kannst du den, ähm, Hoch-Jump machen. Spring runter, schau nach oben und klick kurz Steuerung und dann passt das. Wie, ich springe. Egal. Hüpp. Hier sind sie ja gar nicht. Und dann musst du noch steuern. Du kannst laufen und dann steuern, äh, kannst laufen, steuern und, ähm, dann Steuerung klicken und dann, ja, steuerst du den Deppen halt. So da unten sind, keine Ahnung, wo sind die ganzen Mal? Äh, es sind nur fünf Leute. Da drüben sind welche? Ich würde so gerne gerade mal für dich übernehmen, weil jetzt einfach nur Lappen sind, weil ich einfach nur festgehebe. Genau. Spring, äh, mach, mach dein, what the fuck. Boah, ich bin so ein Noob, so ein verkackter Noob. Kannst ja auch believen, ist ja egal. Nein, mach ich nicht. Hm, kann ich weg. Ja, Mann. Gut, genau. Und jetzt hau' oben noch den Rest weg. Den Teleporter und den Dispenzer. Damit den keiner ausnutzen kann. Haha. Muss ich hinknieren. Okay, man sieht schon, ich bin ein böser Luke in diesem Spiel. Okay Kai, kannst du mal bitte machen. Ähm, Arsch. Natürlich. Ruhe. Die sind doch garantiert, diese Art von Tüten, der kriegt jemand in den Arsch und hat da nicht mal das bisschen Anstand, den wenigstens auch eine Mutter zu holen. Da hat irgendjemand und da braucht mich saug. Trink nichts. Alter. Ist egal, da hat ein Stierfall dann ist endlich, irgendwann haben sie auch keine Mund mehr. Mein Gott, hab ich nichts anderes außer meine Fäuste. Mhm. Ganz ehrlich, überhaupt nichts, man kann da hinten. Mhm. Schwierig, sehr schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. So, jetzt kommt der schöne Lolli. Das ist immer noch das Geilste. Willst du nicht meinen Lolli auspucken, dafür mein Pimmel in den Mund nehmen? Das kann doch auch von so einem pädophilen Stamm. Oh mein Gott, ja, das ist ein kleines Kind, ey na, kleiner. Willst du nicht meinen Lolli auspucken, dafür mein Pimmel in den Mund nehmen? Ja. Wohin, bei diesen Teilen, da sind noch total weniger. Ja, und jetzt. Oh, verdammt, das wär geil gewesen, meine weggelacht. Wäre geil, wenn ich's könnte. Ich hab nur 8000. Ist egal. Ja. Der eine Typ hier, der The Incredible Rape Man, der sagt, Can't we agree that the hell is stupid? Soll ich dir mal schreiben, the only one who is stupid is you? Ja, von mir aus. Warte? Mein Gott, wo sind die ganzen Noten denn? Dort stehen. Mein Gott, ey, ich bin so schlecht. Ja, jetzt kommt's Gas, jetzt kommt's Gas, jetzt muss nur noch überleben. Echt? Ja, jetzt, das ist das Gas, du siehst doch, du wehrleicht die ganze Zeit Schaden. Oder? Ja. Die anderen auch? Ja. Aber die sind bei den Teleporter, äh, an den Fenstern. Und jetzt, shit. Man sieht fast gar nichts mehr, weil's so dunkel ist. Ah. Hopp, jetzt auf einmal wieder, alles weg. Oder ist Gas immer noch da? Der ist so durchsichtig. Achso. 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 Wortmahl für Poolday. Poolday ist ne geile Merk. Hau ihn weg! Oh, verdammt, das wär geil gewesen. Ah, eine Art umgelacht. Ein Art umgelacht. Ein Art umgelacht. Ja man, gutes Ding. Sogar gefunden. Oh man, nice. So, warte mal, das fällt ganz... Gutes Ding. Gut, okay, dann... Können wir gleich weiter aufnehmen, oder? Ja. Ah, jetzt kommt der Headless Horstless Headman. Okay. Das könnt ihr jetzt auch mal sehen. Okay. Ich bin... Shit! Und schon wieder bin ich runtergefallen. Einfach nur... Ach, du bist schon gestorben? Nein, ich leb noch. Aber ich bin hier runtergefallen. Was genau so behindert. Ich hab einfach schon 12 Schaden, das ist jetzt von nichts. Wo sind denn der Lappen eigentlich? Ich hab nur 135 Leben. Scheiße, ich hab nur... Wop. Achso, du bist ja happy, du. Ich bin tot. Der Chat ist zugespampt. Shit, shit. Ja man, hat der gleich mein Schild kaputt gemacht. Ah ja, ähm. Ich muss auch erwähnen, dass ich ein Schild habe, mit dem ich anstehen kann und dieses Schild halt einmal, ähm, ein Schlag vom Hail ab. Und damit rettet es jetzt einmal, so... Zu sagen, mein Leben. Naja, mein virtuelles Leben. Mein normales Leben kann niemand retten. Shit. What the fuck? Ich war doch schon weg, aber okay. Werner meint. So, naja. Verabschied bei uns. Bis gleich. Tschüssi.